Ich darf den Tagesordnungspunkt unterbrechen und wir kommen zu 15 Uhr. Ein paar Sekunden. Es ist 15 Uhr und der Tagesordnungspunkt wird jetzt unterbrochen aufgrund einer dringlichen Anfrage. Zwischen allen Abgeordneten zugegangen ist, erübigt sich eine Verlesung durch den Schriftführer. Ich erteile den Abgeordneten Hafenecker als Antragstellung zur Begründung des dringlichen Antrages das Wort. Gemäß § 74a Absatz 5 der Geschäftsordnung darf die Redezeit seit 20 Minuten nicht überschreiten.